Ich seh' einen Mann in den Kassematen des Pilatus, den man blutig schlug, der's in die Haut in Fetzen hing. Ich seh' einen Mann in den Kassematen des Pilatus, der für uns die Hölle durchschrückt. Ich frag' dich, glaubst du auch an ihn, oder ist's für dich rein illusorisch? Ich frag' dich, glaubst du auch an ihn, oder ist's für dich rein theologisch? Ich glaube an dieses Christus, er ist Gottes eingeborener Sohn, der mich liebt und der sich für mich hingab, denn er ging für mich in den Tod. Denn er ging für mich in den Tod. Ich seh' Jesus, blutig und zerrissen, mit Mantel und mit Dorn und Krone angetan. Und die anderen, die ihn umbringten und laut riefen, seht euch euren Kinnig an. In seinen Händen siehst du Nägelbunden, er war die Sünde, die ans Kreuzmann schlug. Er hat sein Blut für uns vergossen, an jenem Tag hat sich der Himmel aufgetan. Er hat sein Blut für mich in den Tod. Ich frag' dich, glaubst du auch an ihn, oder ist's für dich rein theologisch? Ich frag' dich, glaubst du auch an ihn, oder ist's für dich rein theologisch? Ich glaube an Jesus Christus, der ist Gottes, ein geborener Sohn, der mich liebt und der sich für mich hingab, denn er ging für mich in den Tod. Ich seh' einen Mann in den Kassemarten des Pilatus, den man blutig schlug, dass ihm die Haut in Fetzen ging. Ich seh' einen Mann in den Kassemarten des Pilatus, der für dich litt, der für mich litt, der für uns die Hölle durchschritt.